Katja Krasawitze und Dieter Bohlen machen kein Geheimnis aus ihrer Fede. In den vergangenen Monaten kam es zu einem heftigen Streit zwischen der Sängerin und dem ehemaligen Modern-Talking-Star. Nachdem der Musikproduzent-Kandidatin Jill Lange sexistisch beleidigt hatte, wetterte die dicke Lippen-Interpretin gegen Dieter, woraufhin der sogar angeblich das DSDS-Jury aus von Katja forderte. Bereits in der ersten Live-Show merkten viele Fans, wie angespannt die Stimmung zwischen den beiden ist. Auch in der zweiten Live-Show zicken sich Katja und Dieter an. Nachdem sich Dieter bereits in der ersten Live-Show extrem vom Publikum feiern ließ, wählte der 69-Jährige auch für die zweite Ausgabe eine eher skurrile Ankunft in das TV-Studio, er düste mit einem Roller auf die Bühne. Ebenso wie einige irritierte Fans hatte Katja wohl nichts für den Auftritt ihres Jury-Kollegen übrig und weigerte sich auch in der gestrigen Folge, für Dieter zu applaudieren. Doch das ist noch lange nicht alles, auf die Frage von Moderatorin Laura Wontorra an die 26-Jährige, wie sie die Stimmung im Studio findet, kam es zu einem unangenehmen Missverständnis. »Redest du mit mir?«, funkte Dieter dazwischen, woraufhin Katja mit »Nein, mit mir«, konterte. »Mit der Dame wird gesprochen«, mahnte die Sängerin daraufhin ein weiteres Mal an, nachdem der Chef-Juror Katja erneut ins Wort fiel.